Wir sind Hettig. Kennst du nicht? Ist okay. Trotzdem sind wir überall. Ganz bestimmt auch bei dir zu Hause. Glaubst du nicht? Ist aber so. Du findest uns hier, hier und hier. Und wenn es bei euch mal laut wird, sorgen wir dafür, dass es nicht knallt. Uns gibt's schon lange. Sehr, sehr lange. Und wir sind viele. Genauer gesagt 7400 Mitarbeitende weltweit. Unter anderem auch hier. Weißt du, wo das ist? Frankenberg an der Eder ist eine Kleinstadt und ein wirtschaftliches Mittelzentrum im südlichen Teil des nordhessischen Landkreises Waldeck-Frankenberg. Außerdem gibt's hier das. Das und das hier. Und dann gibt's eben auch uns. Hettig. Und wenn wir doch alle gerade schon in Frankenberg sind, warum lernen wir uns dann nicht gleich besser kennen? Lass uns über dich und deine Zukunft sprechen. Du verbringst deine Zeit gerne mit coolen Leuten, willst dick Patte verdienen und möchtest einen Job mit Perspektiven? Kannst du haben. Und zwar bei uns. Alles, was du dazu brauchst, ist Begeisterung für Technik und Spaß am Tüfteln. Denn wir suchen Werkzeugmechaniker, Industriemechaniker, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fertigungsmechaniker und Mechatroniker. Alles klar? Nein? Dann der Reihe nach. Unser Team ist so vielseitig wie du. Natürlich haben wir strukturierte Arbeitsabläufe, bieten dir aber auch Freiheiten in deiner Zeitanteilung. Zum Beispiel zum Lernen. Aha. Und ein Top-Arbeitsklima. Kommen wir wieder zu dir. Vielleicht ist ja der Beruf des Werkzeugmechanikers etwas für dich. Mit viel Fingerspitzengefühl geht es hier um die kleinen Details der wirklich großen Dinge. Fräsen, Drehen, Schleifen, Schweißen, Erodieren oder Lasern. Dieser Job ist extrem vielseitig, was dich zu einem echten Werkzeugexperten mit sehr guten Aufstiegsmöglichkeiten macht. Du bist eher der sorgfältige Typ mit hohem Verantwortungsbewusstsein? Wussten wir es doch. Der Beruf des Industriemechanikers verlangt dir genau das ab. Hier geht es um die Herstellung, Instandhaltung und Überwachung von hydraulischen Systemen oder das Herstellen und Zusammenbauen von Maschinenteilen. Am Ende deiner Ausbildung bist du ein echter Experte in der Bearbeitung von Metallen. Ein Auge fürs Detail brauchst du übrigens auch für den Beruf des Verfahrensmechanikers für Kunststoff und Kautschuktechnik. Langer Name, oder? Aber hier steckt auch viel drin. Du wirst zu einem echten Experten für Kunststoff und lernst diese sogar am Geruch zu unterscheiden. Und auch technisch ist dieser Beruf höchst anspruchsvoll. Du programmierst, erstellst und rüstest Spritzgießmaschinen, wartest diese und behebst Fehler, wenn nötig. Wenn du zwar auf die ganz großen Maschinen stehst, aber auch der Meinung bist, dass diese nur so gut sein kann, wie der Mensch, der sie bedient, dann denk doch mal über die Ausbildung zum Fertigungsmechaniker nach. Es geht um das ständige Optimieren, das Bedienen und Überwachen der Montageautomaten. Außerdem pflegst und wartest du die einzelnen Stationen und sorgst dafür, dass alle Automaten rechtzeitig bestückt sind und alles im Flow bleibt. Du kannst dich nicht entscheiden? Dann bringen wir doch das Wissen aus der Mechanik, Elektrotechnik und Steuerungstechnik zusammen. Als Mechatroniker brauchst du natürlich technisches Verständnis. Dann geht es um das Herstellen von elektropneumatischen und hydraulischen Systemen. Du programmierst Steuerungssysteme und wirst ein echter Profi, wenn es um Verbindungstechniken geht. Wahnsinnig vielfältig, oder? Wie du siehst, haben wir hier einiges zu bieten. In unserer Ausbildungswerkstatt bekommst du mehr als nur das nötigste Rüstzeug. Wir legen gemeinsam mit dir den Grundstein für deine Zukunft. Unsere gemeinsame Zukunft. Dein Einstieg kann auch ein Praktikum sein. Wir bieten dir ein tolles Arbeitsumfeld, gute Aufstiegs- und Übernahmechancen, Berufe mit viel Freizeit und vor allem auch mit gutem Einkommen. Wir wissen doch, was ihr wollt. Also los, komm in unser Team! Wir sehen uns beim nächsten Mal.